Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play-Oli! Und wahrscheinlich heute die... Ich glaube ich habe gerade ein SMS bekommen, in einem kleinen Moment. Super! Ne, doch nicht. Äh, ja, ähm... Und ich hoffe mal heute die letzte Aufnahme. Ähm... Es kann sein, dass ich jetzt am Anfang noch ein bisschen verwirrt bin, weil ich habe gerade noch Musik auf den Ohren. Weil ich habe da ein Lied gefunden, das hört sich ganz cool an. Das habe ich jetzt mal noch weiterlaufen lassen und irgendwann hört es dann auf. Aber ich hoffe mal, ihr hört es nicht. Huch... 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 So... Wo sind wir denn hier überhaupt? Was müssen wir überhaupt machen? Ich habe kein... Oh, es fängt an zu regnen, supi. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. So... So... So, der war tot. Er kann mir nicht entkommen. Aber warum? Warum habe ich eigentlich so viele... Dinger... Hallo? So viele Hypersprays. So viele Hypersprays. Bam. Boah, ey. Musik lässt sich nicht viel besser spielen. Das Lied ist gerade leider vorbeigegangen. So. Ich weiß gerade echt im Moment nicht, wo wir sind. Und... Ah, ha, 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 alles klar. Jetzt weiß ich. Da bin ich aber letztens hier runtergesprungen. Weil ich da nicht hochkam. Genau so war das. Uah, dick... Dick... Alles klar. Huh. Da ist etwas Vertrautes an ihm. Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Okay, da komme ich nicht hoch. Ich denke einfach mal, dass wir... Nein! Oh, das war so knapp. Alter! Mein Gott. Ey, ich muss mir aber gerade mal Licht an. Aber was hier ist echt saudunkel in meinem Zimmer. Ach, und da ist wieder das andere gescheiterte Bildschirm. Ding, sie... Uff! So, Licht ist an. Ich finde an meiner Lampe, die ich hier stehen habe, da ist so eine Energiesparbirne drin. Wenn die anfährt... Ich sag mal, am Anfang nicht anfährt. Also, die ist ja am Anfang ein bisschen dunkler und dann wird die langsam heller. Aber am Anfang ist die sau angenehm, so richtig. Und dann irgendwann wird die ein bisschen zu hell. Ich muss aber irgendwie eine kleinere reinhauen. Und ich habe mir Sprite hingestellt. Noch vom letzten Wochenende. Weil... Ah, nix weil. Noch ein Restchen. So. Hallo! So. Er kann mir nicht entkommen. Aber warum? Hallo? Das sah recht komisch aus. So. Das funktioniert ja anscheinend. Nein. Ah, Mann. Ich finde das echt behindert, dass sie nicht R2 oder irgendwie sowas als Rennen genommen haben. Oder währenddessen X drücken oder irgendwie sowas. Weil einfach nur zweimal nach oben drücken ist es einfach total ungenau. Finde ich jetzt jedenfalls. Auf jeden Fall bei dem Spiel. Weil wenn du da zweimal nach oben drückst, dann ist es nicht irgendwie so, dass du dann direkt läufst. Nein, die muss erst anlaufen. Und dann weißt du nicht, bei so einem kleinen Stück vor allem, ob die dann überhaupt rennt danach oder ob die nur normal läuft. wo war ich jetzt Kapitel 10? Speicherpunkt 3? Ich muss auf jeden Fall heute noch mal unterbrechen, weil in einer halben Stunde ungefähr gibt's Essen. Wo ich keinen Hunger habe. Ich hab mir schon Salat reingehauen. Uah, A2. Hallo. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Ja. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Gut, jetzt hab ich einen Hyperspray bekommen. Was ich eh gleich wieder verlieren werde. Oh. Mann. Hallo. Oh, das ist echt behindert, ey. Mein Gott. Ich glaube, ich schneide... Oh. Huch. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich hab die Ladepausen... Verpausen vor allem. Die Ladepausen irgendwie vergessen rauszuschneiden beim letzten Rändern bei irgendeinem Teil, glaube ich. Huch. Scheiße. Oh mein Gott. Das muss ich mir aufschreiben. Ich hab noch die originalen Datei rumfliegen. Dann kann ich das nochmal machen. Dann schreibe ich mir den da auf. Ladet... Jetzt hab ich durchs Papier gestochen. Ladetaten. Rausschneiden. Denn. So. Jedenfalls mach ich jetzt erst den einen fertig und dann den anderen, weil dann ist man ja grad hier ein bisschen zu viel. Tohu. Wabohu. Hallo, was geht mit dir, Mann? Näh. Super. Ich schneid mir ab jetzt die Ladezeiten raus, ne? Sehr schön. Einfach nur einmal ins Gesicht springen und dann direkt tot. Er kann mir nicht entkommen. Aber warum? Der hat sich nicht grad dahinter versteckt, ne? Sehr schön. Okay. Ich hab jetzt gedacht, er wäre auf die Plattform nahgefallen. Nein! Scheiße, Mann! Das war echt assi. So. Weiter geht's. Nicht nach hinten schmeißen. Blinde Wut! So. Der wäre tot. Er kann mir nicht entkommen. Aber warum? Oh, ich hab jetzt mal versteckt sich dahinter, ist egal. Ich hab jetzt zwei Mal, ich hab's bestimmt, ich hab's zweimal noch oben gedrückt. So ne gottverdammte Scheiße, ey! Vielleicht haben wir auch unten Kompost, den ich noch nicht gesehen hab. Und noch ein Versuch. Wunderschön. Und auch direkt entsorgt. Und auch direkt entsorgt. Das kann doch nicht sein, ey. Ich versuch's jetzt gleich mal von der unteren Etage.